Oh nein, meine Erfindung! Hier gibt's nichts zu sehen! Geht alle in Deckung! Hammer! Schalt das Ding aus! Versuche ich ja! Nicht, dass alles schlecht wäre. Schalt es aus! Es wurde gereckt! Es reagiert nicht! Dann habe ich keine andere Wahl als... ...oder wir machen es wie Hulk. Mein Ozeanmüllsammler, du... ...du hast ihn zerstört. Naja, er hat versucht, uns zu zerquetschen. Danke, Iron Man. Danke, Hulk. Tut mir leid, Mr. Hammer. Ihre Idee war toll, aber... ...muss noch verbessert werden. An meinem Projekt war nichts fehlerhaft. Es war mehr als perfekt. Ich habe den Ozeanmüllsammler getestet. Immer und immer wieder. Jemand muss ihn sabotiert haben. Ganz ehrlich, ich finde es mehr als verdächtig, dass die Erfindung von Stark die einzige war, die keine Fehlfunktion hatte. Ach, die Ideen, die ich habe, sind so gut. Warum sollte ich da jemanden sabotieren? Und vor allem dich, Hammer. Mr. Hammer, ich verstehe, dass Sie sauer sind. Aber haltlose Anschuldigungen, was Sabotage betrifft, haben hier nichts zu suchen. Mr. Stark, im Namen der Konferenz für Umwelt, Atmosphären, Bewusstsein und globale Umweltreinigungszusammenarbeit möchten wir Ihnen für Ihre Wettermaschine den Hauptpreis verleihen. Wollen wir ein Foto vor Ihrer Erfindung machen? Für die Presse? Zeit für Plan B.